Hallo wieder von Busse Yacht Shop, mein Name ist Matthias Busse und ich wollte euch heute mal eine Aktion von Raymarin vorstellen. Da geht es um den Austausch alter Geräte gegen ein neues Raymarin Gerät und dann kriegt ihr von Raymarin Geld zurück. Das gilt für verschiedene Geräte, die erzähle ich euch gleich, aber es gibt erstmal einen Aktionszeitraum. Der gilt nämlich vom 23.09.2023, also jetzt wo ich das Video drehe sozusagen, bis zum 31.03.2024. Heißt, ihr habt den ganzen Winter über Zeit und könnt das sauber umbauen auf neue Geräte und die dann installieren und testen und so weiter. Also das ist ein sehr schöner Zeitraum über den ganzen Winter bis ins Frühjahr hinein. Gut, dazu hat Raymarin zwei Formulare rausgegeben, nämlich die das genau beschreiben, wie diese Aktion funktioniert. Das eine ist für Kartenplotter, wenn ihr also einen Kartenplotter austauschen wollt. Und dann müsst ihr das entsprechend ausfüllen hier mit Daten und so weiter. Und das gilt, wenn ihr kauft einen neuen Element 9S oder Element 12S oder ein Axiom Plus 7, Plus 9, Plus 12 und auch die Axiom 2 und Axiom 2 Pro Sachen, Pro XL, ist ja genau aufgeführt. Das gilt auch für die Quantum Doppler Radar Antenne. Da gibt es dann jeweils einen Betrag zurück, das liegt so zwischen 100 und 500 Euro. Könnt ihr euch dafür von Raymarin erstatten lassen. Die genauen Zahlen findet ihr in unserem Blog, haben wir unten verlinkt. Da findet ihr auch das Formular und könnt euch das genau durchlesen. Dann könnt ihr also euren alten Plotter zurückschicken mit dem Formular ausgefüllt, ihre Bankverbindung und so weiter. Unsere Rechnung muss dabei liegen, die muss in diesem Zeitraum liegen. Und dann kriegt ihr von Raymarin eine Gutschrift. Das war einmal zu den Kartenplottern. Das ist die eine Sache. Das gibt es auch für Autopiloten und Instrumente. Auch die könnt ihr austauschen. Heißt, der gleiche Zeitraum auch wieder ausfüllen. Und dann könnt ihr dafür nehmen, ein EV-100-Pin oder Radpiloten zum Beispiel, EV-200-Hydraulik- oder Linearpaket. Oder auch die 400er-Power- oder Sail-Pakete, EV-400. Das sind die Evolution Autopiloten, die neuen. Und das gilt auch für Instrumentensets, sprich I-50-Lock-Display mit Geber zum Beispiel oder ein Tridata oder ein I-60-Wind, solche Sachen. Und da kriegt ihr dann auch eine Gutschrift, wenn ihr das zusammen mit eurem alten Instrument zurückschickt. Also wenn ihr das Instrument tauschen wollt, müsst ihr ein Instrumenten-Display zurückschicken. Wenn ihr den Autopiloten tauschen wollt, müsst ihr das Autopiloten-Display und den Kurscomputer zurückschicken. Das heißt, bei Instrumenten kann der Geber bleiben, müsst ihr nicht zurückgeben. Und auch so Zubehör für Autopiloten-Ältere braucht ihr nicht. Aber der Kurscomputer und das Autopiloten-Display sind das Entscheidende. Gut, wenn ihr das dann hier mit zurückschickt, dann gibt es eine Gutschrift. Das liegt so beim Radpiloten bei 150 Euro, beim EV-200 bei 250 und beim I-50 Tridata-Set zum Beispiel bei 75 Euro. Aber das lest ihr euch am besten durch. Wie gesagt, das Formular ist unten verlinkt. Müsst ihr dann ausfüllen und so eine Rechnung beilegen. Und dann könnt ihr auch den Autopiloten Instrumente tauschen. Damit könnt ihr das einmal auf den neuesten Stand bringen. Das gilt dann auch für die alten C-Serie und so weiter Geräte von Raymarin. Auch wenn Karten-Updates nicht mehr möglich sind, macht es Sinn, den Plotter zu tauschen. Oder der Autopilot hat den Geist drauf gegeben oder Displays werden trübe. Da ist das genau die richtige Zeit, jetzt im Winter das einmal anzugehen. Weil bei solchen Systemen kommen natürlich auch Netzwerksachen und das muss auch zusammenarbeiten mit anderen Geräten. Das können wir dann hier durchsprechen. Da kommt ihr am besten vorbei oder schickt mal eine Mail rein und sagt, was ihr an Bord habt. Und dann können wir euch da auch beraten, wie das am besten mit dem zusammenpasst. Erstmal mit dem Boot zusammenpasst, Autopilot. Oder mit dem, was noch an Bord bleiben soll. Da habt ihr am Funkgerät, was angeschlossen wird. Oder AIS oder Netzwerkaufbau und sowas ist häufig immer noch dabei. Gut, aber das wollte ich euch einmal zeigen. Die beiden Angebote, jetzt über den Winter, ist unten verlinkt. Und das schaut ihr euch an und dann seht ihr genau, worum es geht. Welche Geräte davon betroffen sind und was ihr da machen könnt und auch gut geschrieben bekommt. Ja, das einmal dazu und dann bis demnächst.